Ich wurde mal abgemahnt wegen... Dass du wegen irgendwas abgemahnt wurdest, wundert mich gar nicht. Von irgendwelchen Frauen oder so, Bro. Weil du wieder vier Liebesvideos gemacht hast. Bitte lassen Sie dies. Bitte unterlassen Sie dies, bitte einfach. Ne, ich hab... Das waren Minecraft-Videos. So Jump World auf Timolia. Ist actually ein geiler Spielmodus eigentlich. Ist so Mario Party... Ne, Mario World oder sowas. Wie heißt das auf der Switch? Wo du so eine Map immer bauen kannst. Ah, Mario Maker. Mario Maker, genau. Und das in Minecraft. Das ist echt smart. Das war cool. Das waren so echt so richtig low... Ne, ne, nicht low Budget-Videos. Das waren so halt so... Keine krassen Videos, aber einfach so ein bisschen Jump'n'Run mit MC Expert. Und da hab ich immer Intros gemacht. Die Intros hatten... Jedes Intro hatte, glaub ich, so in etwa 5 bis 7 Sekunden Musik. Und das war Musik. Das war so ganz tolle Kindermusik. So richtig... So wie es sich sofort hat, so eine... Und du hast so drüber gesungen einfach, oder wie? Ne, ich hab da... Ich hab da drüber so gezeichnet. Und dann halt einfach so... Ich hab gesagt, Jump'n'Run mit Tim und Stegi. Und dann währenddessen kam im Hintergrund irgendwie so Kindermusik, glaub ich. Und das waren 3 Videos. 5 bis 7 Sekunden jeweils. Und auf einmal kam dann... Ne E-Mail. Und es wurde sich gewünscht, dass ich doch bitte 14.000 Euro bezahle. Yo, chillig! Ich hab's bezahlt. Hab einfach gedacht, ja, nimm das. Nein, ich hab dann... Ich hab dann... Erstens hab ich gedacht, immer... Ich hab ein YouTube-Netzwerk. Egal was passiert, die... Die... Die schützen mich, ne? Größer Cap werden. Ja! Das Einzige, was... Die schützen sich davor, reich zu werden. Ja, aber... Und die schützen sich davor... ...dessen sich dicke Prozente nehmen. Ansonsten schützen die von nix. Die schützen sich davor, dass sie halt... ...instant dem Typen einfach... ...meinen Klarnamen so einen Scheiß geschickt haben. Dass die sich halt an mich wenden können. Arschgeile Nummer. Danke schön. Und dann hab ich einen Anwalt genommen. Und dann hat er gesagt, ja. Das ist halt schon jetzt scheiß. Das ist halt ungünstig. Das ist halt dumm, dass die das jetzt so auf... ...auf... ...auf Welle machen, so. Im Moment, du teilst so einem Anwalt so... ...2.000 Euro. Und dann sagt er so... ...ja, das ist jetzt schon ungünstig. Und das war's. Das ist so alles, was dir so einen Input hat. Mehr kann ich dir so nicht geben, einfach. Ähm, und dann musste ich halt am Ende... ...glaub ich schon so... ...und ich war jung, ne? Ich war schon recht jung und... ...hatte nicht so viel Para. Musste 4.500 Euro. Inzwischen hat er schon sehr viel Para. Nein! Kurzer Side-Flex. Nein, 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 nein. Ich war jung, ich hatte nicht so viel Para. Jetzt aber schon. Nein, nein, nein. Bitte Zuschauer, denk nicht, dass ich broke bin. Nein, ich bin jetzt einfach nur alt, weißt du? Ja, dann musste ich halt echt Arsch spielen. Aber stell dir mal vor, so, ne? Ich musste meinen Eltern erzählen... ...Mama, Papa, da kommt so gefühlt Universal... ...und möchte 14.000 Euro. Oh, war das Universal auch noch? Nein, 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 das war so richtig Lachs-Nacken-Verein. Also jetzt wirklich, Digga, oh mein Gott. Lachs-Nacken.